Wir haben aktuell einen erschreckenden Fall bei einem größeren Kunden, circa eine halbe Milliarde Jahresumsatz, neue Produktreihe gelauncht, riesige Investitionen in Entwicklung, Produktion, Marketing etc. Nur wurde vergessen zu analysieren, ob Nachfrage besteht. Jetzt hat man festgestellt, dass niemand Bock auf das Produkt hat. Außer Spesen nichts gewesen. Damit dir das nicht passiert, sehen wir uns in dieser Folge an, wie du schnell und einfach eine kleine Marktanalyse machen kannst, um zu bestimmen, ob für deine Geschäftsidee, dein Produkt oder deine Leistung Nachfrage besteht. Viel Spaß! Um Wachstum zu generieren, kannst du vereinfacht ausgedrückt in zwei Richtungen gehen. Du kannst bestehende Nachfrage einfangen oder Nachfrage generieren. Wo ist der Aufwand geringer? Wenn du bestehende Nachfrage einfängst. Heutzutage brauchst du für eine Nachfrageanalyse keinen komplexen, umfangreichen Prozess, sondern online lässt sich die Nachfrage kostengünstig und schnell prüfen. Im Anschluss weißt du, ob es Leute gibt, die wollen, was du anbieten willst und wie du diese Leute erreichen kannst. Das Erste, was wir uns dazu anschauen, ist die organische Suche. Und jeder denkt jetzt bei der organischen Suche an Google. Die organische Suche ist weitaus größer als nur Google. Um das vielleicht ein bisschen besser auszudrücken, springen wir in ein Tool rein und zwar in keywordtool.io und da sehen wir Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, App Store, Play Store, Instagram, Pinterest, Etsy und so weiter. All diese Plattformen haben Suchfunktionen, wo wir Daten abfangen können, wie oft werden unterschiedliche Themen gesucht. Superspannend, zu unserer Idee, zu unserem Produkt, wie groß ist das Suchinteresse. Dann, was natürlich auch wichtig ist, vielleicht wir haben irgendwelche Zahlen zum Interesse. Dass wir uns anschauen, wie entwickelt sich die Nachfrage. Geht die rauf? Geht die runter? Explodiert die gerade? Stirbt dieser Markt gerade? Dazu können wir Google Trends verwenden. Google Trends dreht sich natürlich um die Google-Suche. Was hier schade ist und was man bedenken muss, ist leider, dass die Daten nur spannend sind, wenn das wirklich größere Themen sind. Wenn wir jetzt nochmal zurückspringen in keywordtool.io, was eben schon in einer kostenlosen Version interessante Daten liefert, was ist jetzt wichtig, was wir uns ansehen. Nämlich den Suchbegriff. Das sagt uns schon mal, was sagt das aus? Wie wird rund um deine Idee gesucht? Daraus kannst du Hinweise auf Pain Points, fehlende Funktionen etc. aufdecken. Suchvolumen, wie oft wird das Ganze gesucht? Der Klickpreis, wie lukrativ ist diese Nachfrage? Und wir schränken das natürlich regional ein, je nachdem, was dein Plan ist, in welchen Regionen besteht, welche Nachfrage. Kannst du alles hier genau prüfen. Dann, was wir uns unbedingt natürlich ansehen sollten, falls das jetzt was ist, wo es schon Produkte gibt, wo es schon Leistungen gibt, wie bei den meisten Geschäftsideen, schauen wir uns potenzielle Top-Konkurrenten an. Und die Tools, die wir dazu verwenden, ist, um an die organische Suche anzuknüpfen. Zuerst einmal SimilarWeb ist ein Website-Analyse-Tool in der kostenlosen Version. Wir sind hier jetzt in der kostenlosen Version. In der bezahlten Version ist aber sehr, sehr teuer. Unglaublich spannende Daten, aber wir konzentrieren uns jetzt einmal auf die kostenlose Version. Siehst du eben den Gesamttraffic, aus welchen Quellen kommt Traffic etc. etc. Was dir schon mal eine Einschätzung gibt, wie groß ist das Ganze? Wie groß ist dieses Marktpotenzial? Dann ein Tool, welches ich täglich verwende, ist North Data. Da kriegst du Daten direkt über Firmen, von Firmenbekanntmachungen. Das ist jetzt in diesem Kontext nicht so spannend, hin zu finanziellen Kennzahlen, was natürlich super spannend ist. Weil wir können uns zum Beispiel ansehen, okay, was haben Top-Konkurrenten für einen Umsatz? Damit können wir schon wieder herauslesen, okay, wie groß ist der Markt? Das heisst, wenn wir uns den Top-Konkurrenten anschauen und der macht 10 Millionen Umsatz, dann wissen wir schon, okay, das ist diese und diese Grössenordnung, ist die Idee wirklich so gut etc. etc. Was dann auch spannend ist, ich kann mir natürlich die Umsatzrendite ansehen und einfach herauslesen, wie viel Geld ist hier wirklich drin. Dann, was vielleicht auch noch interessant ist, sowas wie Umsatz pro Mitarbeiter, wie skalierbar ist das Ganze. Und zu guter Letzt, was ich mir sehr gerne ansehe bei einer Nachfrageanalyse, sind die Online-Communities zu diesem Thema. Was meine ich jetzt mit Online-Communities? Sowas wie Nischenform zu diesem Thema, sowas wie Reddit, Facebook-Gruppen, Meetups, Pinterest und so weiter. Was sind jetzt relevante Faktoren? Logischerweise wieder die Größe der Community. Das heisst, wenn ich sehe, ein Meetup zu diesem Thema hat in einer grossen Stadt 10 Abonnenten, dann wird es nicht so groß sein wie, oh mein Gott, die haben 1000 Abonnenten, wie wahrscheinlich bei irgendeinem Thema rund um KI aktuell. Und wenn wir jetzt das Thema Nischenform haben, dann ist es einfach, vielleicht kennst du diese Nischenform zu deinem Thema noch gar nicht, dann kannst du einfach über die Google-Suche schnell und einfach finden, hey, okay, zu diesem Thema gibt es diese Foren. Vielleicht gibt es jetzt nicht genau zu deiner Nische, aber es gibt Foren, die wahrscheinlich angelehnt sind, wie es gibt jetzt kein eigenes Dogs-Nuggie-Forum, aber in Hundeforen schreiben sie über Dogs-Nuggies. So. Mit diesem Prozess solltest du eine sehr gute Einschätzung bekommen, wie groß der Markt für deine Idee, für dein Produkt und deine Leistung prinzipiell mal ist und ob es Sinn macht, hier wirklich mehr zu machen. Heißt das jetzt unbedingt, wenn es keine Nachfrage gibt, dass deine Idee schlecht ist? Ich würde sagen, in keinster Weise. Trotzdem wird das Risiko größer sein und das Ganze mehr Arbeit sein, weil du deine Zielgruppe erst überzeugen musst, dass sie das brauchen, was du verkaufst. Und damit sind wir schon am Ende. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.